In diesem Video geht es darum, wie man Rückgeld ermitteln kann. Dann hast du schon Aufgaben kennengelernt, bei denen es darum geht, das Restgeld zu ermitteln. Und da schauen wir uns jetzt mal noch ein Beispiel an. Und zwar geht unser Peter hier heute wieder einkaufen. Dann hat er ein bisschen Taschengeld mitbekommen und er soll ein Brot kaufen. Das Brot kostet 4 Euro. Schau dir den Geldbeutel mal genau an. Welche Münzen braucht Peter dafür? Genau. Er braucht das 1 Euro Stück, das andere 1 Euro und dann noch das 2 Euro Stück. Dann hat er 4 Euro bezahlt. Bleibt sogar noch ein bisschen Restgeld im Geldbeutel übrig. Aber Peter konnte passend bezahlen. Das heißt, er konnte der Verkäuferin genau das Geld geben, das sie für das Brot gebraucht hat. Das ist aber nicht immer so. Denn am nächsten Tag soll Peter für seine Mutter noch einmal einkaufen gehen. Sie hat ihm dafür einen 5-Euro-Schein mitgegeben. Heute soll Peter Spaghetti kaufen. Eine Packung Spaghetti kostet 1 Euro. Peters Mama möchte aber 3 Packungen. Also muss Peter dafür 3 Euro bezahlen, denn jede Packung kostet ja 1 Euro. An der Kasse möchte Peter also jetzt bezahlen. Sein Einkauf kostet 3 Euro. Er bezahlt mit einem 5-Euro-Schein, denn das ist ja das einzige Geld, das seine Mutter ihm gegeben hat. Jetzt bekommt er Geld zurück, denn er hat ja zu viel Geld gezahlt bzw. dem Verkäufer zu viel Geld gegeben. Wie viel Geld bekommt Peter vom Verkäufer zurück? Drück mal auf Pause und finde es heraus. Wenn du bereit bist, dann drück wieder auf Starten. Wenn man das ganz schnell ausrechnen kann. 5 Euro gibt Peter dem Verkäufer minus den 3 Euro, die die Spaghetti kosten, die werden abgezogen. Wie viel bleibt übrig? 5 minus 3 ist gleich 2. Deshalb bekommt Peter vom Verkäufer zurück. Denn er nimmt ja die Spaghetti mit und die kosten 3 Euro, also 3 Euro für die Spaghetti plus seine 2 Euro. Da hat er seine 5 Euro. Schauen wir uns noch ein zweites Beispiel an. Heute soll Peter Marmelade kaufen. Seine Mutter hat ihm dafür sogar einen 10-Euro-Schein mitgegeben. Sie möchte ganz schön viel backen und zwar Berliner und dafür braucht sie natürlich viel Marmelade. Deswegen möchte sie gleich 3 Gläser. Für 3 Gläser Marmelade muss Peter 6 Euro bezahlen, denn jedes Glas kostet 2 Euro. 2 plus 2 plus 2 ist gleich 6. Also schnappt Peter sich seine 3 Gläser Marmelade und geht zur Kasse. Sein Einkauf kostet 6 Euro. Er hat aber nur einen 10-Euro-Schein. Also gibt er dem Verkäufer den 10-Euro-Schein. Und welche Rechenaufgabe hilft dir, das herauszufinden? Drück nochmal auf Pause und überleg es dir genau. Die Rechenaufgabe, die dazu passt, heißt 10-6. 10 Euro minus 6 Euro ist gleich. Wie viel Geld bekommt Peter vom Verkäufer zurück? Genau, 4 Euro Rückgeld plus die 6 Euro für die Marmelade. Dann sind Peters 10 Euro wieder zusammen. Also geht Peter mit dem Marmeladen und seinem Restgeld oder Rückgeld, nämlich den 4 Euro glücklich und zufrieden nach Hause und freut sich schon sehr auf die Berliner, die seine Mutter damit jetzt füllen kann. So, das war es auch schon wieder zum Rückgeld. Jetzt gibt es ein paar Übungen im Einstern dazu. Viel Spaß beim Üben.